Hallo Bayern München Fans! Bevor wir anfangen, vergesst nicht, euren Like dazulassen und dieses Video bis zum Ende zu schauen, denn wir haben exklusive Informationen für euch. Leroy Sané, der ursprünglich für eine Verlängerung beim Verein vorgesehen war, wird jetzt zum Verkauf angeboten. Da sein Vertrag im nächsten Jahr ausläuft, könnte sich Bayern entscheiden, ihn diesen Sommer zu verkaufen, um eine Transfergebühr zu sichern. Sanés Marktwert ist noch hoch, was seinen Abgang ermöglichen könnte. Der bevorzugte Ersatz für den Deutschen ist der Flügelspieler Nico Williams von Athletic Bilbao. Einige Bayern-Funktionäre haben Bedenken hinsichtlich Sanés Teilnahme an der Europameisterschaft aufgrund seiner körperlichen Verfassung geäußert. Diese Faktoren könnten die endgültige Entscheidung über die Zukunft des Spielers beim Verein beeinflussen. Sollte Sané verkauft werden, könnte Bayern Nico Williams als Verstärkung in Betracht ziehen. Die Dynamik des Transfermarktes wird in diesem Prozess entscheidend sein. Mit dem möglichen Abgang von Sané, zusammen mit Serge Gnabry und Kingsley Coman, die zum Verkauf stehen, könnte Bayern eine Umstrukturierung im Flügelbereich durchlaufen. Die Ankunft neuer Spieler könnte bedeutende Veränderungen im Kader mit sich bringen. Die Zukunft von Sané und den anderen Bayern-Flügelspielern bleibt ungewiss. Aber der Verein beobachtet aufmerksam die Marktchancen und die Bedürfnisse des Teams. Das Transferfenster verspricht für die Bayern, spannend zu werden. Verfolgt weiterhin die Updates, um die neuesten Nachrichten über Bayern München und seine Spieler zu erfahren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Fans. Lasst uns gemeinsam auf dem Spielfeld weitere Erfolge anstreben. Bis zum nächsten Mal.